So, Pause ist rum, da ist der Chat, da ist das Spiel und ich sitze bequem. So, dieses Mal springe ich nicht aufs Ei drauf, das steht fest. Ähm, wir müssen noch Mobs klatschen, ich verstehe das nicht. Ich kann jetzt gerne mal die ganzen anderen Dinger herstellen. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon, das hier brauche ich jetzt, Obsidian. Dafür brauche ich Obby und für das hier hinten, das? Kann man, kann man das überhaupt herstellen? Ach, das absorbiert Licht? Ja, müssen wir warten. Das braucht doch noch Holz. War mir so arschklar. Und das wandert dann auch zu Darko. Darko kriegt einen dicken, fetten Pilz in seine Base. Oder vor die Base, mal gucken. Mal gucken, wie der Ei Lust hat. Glas brauche ich ja auch noch. Geht, da stinknormales Glas. Wo ist es denn? Da. Ja, geht, stinknormales Glas, super. So, dann stellen wir jetzt einmal... Ich hab das doch. Oh, nee. Hä? Hä? Ich muss das ins Void werfen? Willst du mich verarschen? Also entweder das ist gerade eine optische... Nee, es wird immer dunkler. Aber... Hä? Warum ins Void? Da muss ich ans End? Da will ich nicht hin. Ich muss warten, dass mein Koko Pfand wach ist. Äh... Und das müssen dann die Dunklen bestimmt... Oh, nee. Das müssen die sein. Okay. So, das Spawn ist ja gleich neben der Base. Das passt. Äh... Eins... Zwei. Mach mal Licht. Werd mal weiß jetzt. Komm. Stopp, ihr macht was beim Krokodil. Ich muss in der Nähe sein. Ich will sehen, wann mein Baby schlüpft. Hat noch keine Knackser. Okay. Aber wieso muss ich das andere... Muss ich das echt ins Void werfen? Dechromatik-Material forged in the Void. Tatsache. Oh, nee. Und warum liegt ihr keine Eier mehr? Seid ihr doof? Macht mal Eier. Äh... Äh... Feet ist Threadpool. Moment mal. Threadpool ist doch... Dieses kleine Popel-Ding. Wie füttert man das? Äh... Das sind die Soulwatch. Die muss ich im Nähter finden. Genau. Hier ist Threadpool. Ähm... Exotic, Horizontal, Aquarium. Oh. 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 Ja. Werd mal weiß. Mit was fütter ich den? Crimson Mosquito Label. Aber okay, ich muss so ein Teil finden. Tatsächlich. Wer weiß. Werd weiß. Nein! Oh, das wird... Oh, das wird weiter akzeptiert. Cool. Dieses Fisch, ey. Ich komm auf das Fini klar. Sag mal, du gehst auf. Ja. Mit Rucklern. Ach, hier ist er erst abgeerntet worden. Stimmt. Hier, das hat ja nie funktioniert, komischerweise. Das, da sind wir jetzt dabei. Hier muss ich auch noch was machen. Das versuche ich jetzt zu machen. Aber... Ich verstehe das trotzdem nicht so ganz. Ist hier vielleicht irgendwo was angegeben? Wegen diesem Reinforced. Das war das. Gelb heißt, dass ich das schon hab, oder? Ja, gelb heißt, dass ich das schon... Ey, ich hab... Das Ding hier doch hergestellt. Verstehe ich nicht. Hier, so Brass-Age. Das ist doch dieses Reinforced. Es hat geknaxt. Es dauert nicht mehr lang und das Baby schlüpft. Ja. End of Beta. Expect more content here in the future. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Vor allem das Ding hab ich hergestellt. Die Pumpen. Das Ding hab ich hergestellt. Hä? So ein Block hab ich hergestellt. Hä? Ach, das ist Biomes... Ne, Adventure. Hä? 49 von 77 Spiomen entdeckt. Alles klar. Sag doch mal, jetzt werdet doch mal hier... Ach, Mann, ey. Nicht einsammeln. Nein. Wie lange dauert das denn? Dauert ja ewig. Ich hab noch leere Poké-Belle. Okay. Die kann ich gar nicht essen. Oh, ich hab gar keinen Hunger. Alter, das dauert ewig. Stimmt, es dauert ewig. Nee? Ich find doch. Alter. Oh Gott. Was ist eine Whisk? Handy-Tool for creating landscape and terra-future. Novel gadget for placing or exchange block and... Ah. Die Dinger muss ich mir mal bauen. Die kann man nicht bauen. Oh. Weiß? Was? Brassant. Okay. Wenn wenigstens dastehen würde, wie weit das schon ist. Biller's Tea. The perfect drink to get the day started. Motivating and saturating. Wenn ich das falsch ausspreche, tut's mir neid. Ich kann kein Englisch. Nixi-Tube. A fancy redstone pirate number of text display. Ah. I just create... Is it an Item-Container? Okay. Ich verstehe nur die Hälfte, aber okay. Die Uhr hab ich ja schon. Tail-Glass. Die Goggles hab ich auch. Was ist das? Bar of Chocolate. Ah, ja. Oh, das eine ist, die spawnt. Das ist scheiße. Oh, ich hab jetzt schon kein Bock mehr, ey. Wenn ich das in der Hand halte, passiert natürlich gar nichts. Oh. Doch, das verändert auch seine Farbe ins Helle. Cool. Boah, weh, dass die spawnt vorher. Ja, ich bin zu lange, ich stehe zu lange rum. Ich weiß, ist mir grad egal. Die spawnt. Ah, ja. Wenn ich die jetzt in so einem Crafting-Table lasse, absorbieren die dann auch Licht? Das wäre jetzt mal eine echt interessante Frage. Mal abwarten. Und dann. Die, die wir jetzt in so einem Crafting-Table schlagen, das ist normal. Und dann. Und dann muss ich noch mal ans End. Ach, da hab ich null Bock drauf. Was mache ich denn jetzt noch? Ich muss warten, bis das Ei geschlüpft ist. Vorher geht hier gar nix. Wenn wir noch 59. Wobei, wenn ich aus dem Chunk renne, dürfte nichts passieren. Aber ich war das letzte Mal bei Darko oder ist das Schnappi geschlüpft? Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, Mann. Warte mal, ich mach doch schon wieder irgendwas falsch. Der kriegt Herzen, aber will nicht so, wie ich will. Äh. 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 Ne, es geht wirklich nur mit dieser Pflanze. Aber der hat halt auch wieder einen Cooldown von tausend Sekunden. Und der blubbert schön. Und der sieht aus wie Dumbo. Mit seinen riesen Ohren. Warte mal, da passiert gar nichts. Ich muss dem irgendwas anderes zu fressen geben nach der Blume. Aber was? Was? Was muss ich dem denn geben? Hä? Ich verstehe das nicht. ich verstehe das nicht und die werden hier drinnen nähe hier drinnen das klappt überhaupt nicht ich verstehe es ist ja tame a baby elephant wie wie Die Akatsia Blossom hab ich. Ich hab ihm eine gegeben, da kam Herzen, aber mehr nicht. Hä? Why Tusket Elephants cannot be tamed, but babies and non-Tusket Elephants can be. A tamed Tusket Elephant... Hä? Ein gezähmter Elefant? Ich versteh das. Hä? Woran erkenne ich, was das für ein Elefant ist? Ich kann ihm doch jetzt nicht stackweise die Blumen in den Rachen schieben. Oh, Scheiße! Oh, ne, ich muss mir gleich noch mal ein Baby suchen. Ich hab die Zeit runtergemacht. Scheiße! Das ist creepy, wenn die Ohren an der Seite sind. Oh, ja, Mann. Oh, Mann. Hey Mann! Growtimed, weil ich habe die runter geschraubt. Hey, das sieht so dämlich aus mit den Augen an den Seiten. Na jetzt komm doch mal, wer hat doch endlich mal meins? Bist du mal weg zu gehen? Da kommst du wieder angeschissen, ne? Ja, gebraucht er das Ei jetzt noch? Steht davon was im Buch? Ne, natürlich nicht. Ey! Ach komm, leck mich doch ey, das ist doch nicht mal feierlich mit den Elefanten. Da hat man endlich mal ein Baby gefunden und man kann es nicht hin. Mach dich jetzt hier, pass mal auf. So. Ich hab noch ein paar Stacks davon. Du bist eh gleich Erwachsene. Dann fang ich dich ein und lass dich irgendwo frei. Ei. Ei, es kotzt mich an. Das Ei braucht noch. Und es ist wieder nur ein Weibchen. Hallo? Hallo? Einfangen? Hä? Ok. Nö, warte. In den Arsch. Warte. War mir jetzt egal. Das ist eine Protzeplöre. Schau mal. Schau mal, das hier klappt jetzt noch. Was ist denn das? Was? Von welchem... Äh, von welchem Biest ist denn das? Raccoon Tail. Was ist denn ein Raccoon? Ich muss ja sowas schon mal gekillt haben. Äh. Hä? Hier. Oh. Ein Waschbär. Muss ich die füttern? Oder töten? Man weiß es nicht. Wird sich aber alles noch offenbaren. Wenn Baby GroKo geschlüpft ist und die legen einfach keine Eier mehr. Ihr seid dämliche Tiere, ey. Ich mag die Mod nicht. Irgendwie... Ich... Ich mag die einfach nicht, die Mod. Gibt zwar schöne Tiere, aber... Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die hat irgendwas an sich, wo ich mir so denke. Oder? Das liegt einfach an dem Pack. Man findet ja nicht mal Schildkröten da, wo man sie finden soll. Oh. Da hat's geknackt. Ich bin jetzt fast die ganze Stunde hier in der Base. Da passiert nix. GroKoFund lässt auf sich warten. Lässt sich Zeit. Ja. Aus so einem Strider reiten bringt auch nix. Habe ich eine Overworld gemacht. Habe ich eine Neda gemacht. Bin über Lava gelaufen. Nix passiert. Ehh. Nee. Einfach nie. Äh. Bopp. Das brauche ich ja erst einmal nicht. Das kriege ich alles irgendwie nicht hin. Zumindest verstehe ich das nicht. Das Glas muss auch noch raus. So. Na komm. Schlüpft doch endlich mal. Rapid Mixture. Hemolyv Blaster. Was? Was? Krüppste Moskito Larve. Okay. Mhm. Geil. Ich glaube den werde ich mir craften. 3 Amor, 2,5 Thakness. Ja, ist ja fast so gut wie Naterite. Gathmaker. Was ist das denn? Ich habe die Hose. Ich hätte dann die Chestplate. Wenn ich mir jetzt noch den Hut herstelle. Gibt es hier noch Boots von? Hier, Tatsache. Roadrunner Boots. Holy Shit. Spike Turtleshell. Knockback Resistance. Ich hätte gerne diesen Blaster. Wo war denn der? Was ist denn das? Lol. Ein Elchgeweih. Auf den Kopf. Ich würde gerne den Blaster dort da haben. Och Mann. Coco. Ja, bei denen passiert gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich das alles noch machen soll. Hier. Das Pack endet am Samstag. Hab ich ja gesagt. Heute ist Donnerstag. Vielleicht eines auch schon morgen. Mal schauen. Am Samstag dann nochmal Star Wars. Ich weiß es nicht. Ich muss mir dann auch noch überlegen, was ich dann mache. Also. Ja, wie ich das Pack beende. Ganz ehrlich. Ich müsste doch in die Wüste zurückkommen. Genau. Chunk ist ja jetzt nicht geladen. Gein mich das jetzt mal am Proböchen. Ich suche mir jetzt so eine Waschbären. Hab ich Brot dabei? Nö. Wo war das Dorf? Da. Da waren doch auch Weizenbrücke. Da haben wir sie. Da hast du noch ein Babypfand. Halt deinen Mund. Ich hole mir jetzt dein Kind. So. Versuch das nochmal. Geht bloß weg von mir. Ihr kriegt die Blöcke nicht. Die wollten die Blöcke fressen. Die Scheiße. Okay, aber hier war ich wirklich schon. Hier fehlen überall die Betten. Okay. Da fehlen überall die Betten. Und da ist eine Fliege. Äh. Bada bap bup bup. Genau. Wir haben noch ein Babypfand. Das Haus hat noch ein Bett. Da war ich nicht drinnen. Schweinerei. Hier auch noch nicht. Lol. Äh. Ich brauche Roadrunner-Federn. Und. Ich brauche noch Komodo Dragon. So ein Teil davon. Und ich brauche hier das erste Mal als Brot. Für die Waschwerden. Ne. Da nicht. Hier. So. Komodo Dragons. Gibt es nur ein D-M-Biom hier. Hier anscheinend nicht. Okay. Ich habe jetzt schon sechs oder sieben Stück geklatscht. Mit Looting-Train. Ich habe nicht einmal so ein Ding rausgekriegt. Das ist deprimierend. Da fliegen da wieder ein Haufen Fliegen rum. War er alt genug? Mehr als genug Flatteridatschen hier rum. So, so, so. Da ist noch einer. Mehr. Wird ja mal besser. Bett habe ich dabei. Alles klar. da. Dü, 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 dü. Dö. Hä? Da. Was blubbernt denn hier unten rum? Lauf zu blubbern. Äh. Dö, dü, 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 dü. Na. Wo hast du? Wo hast du stöten? Da ist nur wieder Hühnchen. Hier war doch noch eine Fliege. Da. Da. Da ist noch eine. Da oben ist noch eine. Das ist voll langweilig. Weil ich das so ein hundert Stück davon töten muss. Kann man die nicht auch tame und fortpflanzen? Das wäre geil. Eine Armee von Fliegen. Da würde ich tatsächlich sogar ein riesen Klo hier hinbauen. Äh, papalapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap oh man da fliegt noch erinnerung hier gibt es gar nichts außer fische gut na dann wo ist noch unaufgedeckt in diese richtung aber auch in diese ich will aber in diese richtung ich brauche auch noch raben ich brauche auch noch raben die ich töten muss ich sag mal so die zwei quests würde ich heute auf jeden fall abschließen abschließen und das Ei ausbrüten von meinem Koko Headshot da ist ja eine fliege ok so wie viel haben wir denn jetzt davon 37 haben wir geklatscht da geht noch was da geht noch was da geht noch was ist das schon wieder gleich Zeit für eine Pause holy shit Zeit vergeht heute irgendwie wenn ich nicht wirklich viel mache ich brauche Name Tags kriege ich gerade mit damit die Tierchen die ich bei Darko spawne nicht despawn haaa muss ich da mal gucken ob man die craften kann zufälligerweise da muss ich das dann mal nachgucken ne da muss ich das dann mal nachgucken ne da Hi. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das. Alles andere brauchen wir nicht. Ach, da ist wieder so ein Mistiger Vogel. Die mir meine Felder zum Anfang kaputt gemacht haben. Und da hinten sehe ich noch eine Kiste. Dich snack ich dann gleich weg. Aber erstmal dein Partner. Leer. Wow. Hier ist ja noch einer. Boah. Nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Obwohl unser Bogen schon Flame hat. Ach, Zombies muss ich auch mal weg klatschen. Das macht sich hier tatsächlich voll einfach. Hier ist die Difficulty noch auf 1. Das. 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 Unter mir kommen Geräusche. Was? Ey. Das hier noch. Verbinden sich einfach nicht, wenn man drunter was dransetzt. Wow. Ach, die Citizen-Mod. Die ist schon was Feines. Was? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah. 2 3 4 5 6 6 6 6 7 sehr spannend hier gerade ich bin schon wieder fast im Schneebi rum vor allem keine fliegen keine raben gar nichts mehr ob es noch ein Zombie daddelt da oben rum da ist ein Orca die Quest haben wir ja schon Ike, nicht runterfallen ah, hier kommt der Schneebi um das ist doch kacki jetzt schlupf aus, du kleine Scheißerle ich muss noch ins End ach, Zeit für ein Päuschen alles klar, danach gehen wir auf Waschbeersuche also wenn er Koko geschlüpft ist, gehe ich definitiv auf Waschbeersuche die Quest will ich heute auch noch erledigt haben unterwegs können wir dann weiterhin Raben und Fliegen klatschen da fehlt uns tatsächlich nicht mehr viel hier fehlen noch 74 hier fehlen noch 61 das ist machbar heute noch das kriege ich mir heute noch hin gut, dann stopp mal, ich darf nicht sitzen ich weiß nicht wo ich die letzte Pause verbracht habe da weiß ich immer wo ich cutten muss so dann mach ich ein kurzes Päuschen und bis gleich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.